Es ist Sonntag und das heißt, es ist Formel 1 Zeit hier in Spa. Schalten wir doch mal runter an die Strecke, wo die Autos gerade für den großen Preis von Belgien vorbereitet werden. Kimi Räikkönen sagte, er hat das Gefühl, die Probleme mit dem Untersteuern, die für die schlechte Performance seines Autos verantwortlich waren, jetzt endlich im Griff zu haben. Und damit scheint er richtig zu liegen, denn er startet heute von Platz 1. Als wir vorhin mit ihm gesprochen haben, fand er, dass er eine tolle Ausgangsposition für einen Rennsieg hat, aber dafür muss er noch einiges leisten. Alles ist im Rennen möglich, also muss man so lange auf dem Teppich bleiben, bis die karierte Flagge geschwenkt wird. Wenn man als vierfacher Weltmeister in ein Team kommt, gehen damit jede Menge Erwartungen einher. Was glaubst du, wie ist Sebastian Vettel bisher in dieser Saison mit dem Druck umgegangen? Ich denke, Vettel wusste, dass er eine neue Herausforderung braucht. Deshalb trennte er sich von Red Bull und wechselte zu Ferrari. Wir sehen in dieser Saison einen anderen Fahrer als in der letzten. Er ist wieder in Topform. Gut, Lassos ist immer ziemlich eng, aber wir haben derzeit freie Fahrt. Kurz die Auslaufzone, falls nötig. Mama. Alter Volunteering Taht 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 Das DHS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DHS-Zone befindest. Himmel umholt etwa 13. pro Runde gegen dich auf. Wir sind noch fast am Anfang des Rennens, also ist die Benzinnlast im Moment ganz schön hoch. Die Handhabung sollte sich verbessern, wenn sie weniger wird. Der Frontführer ist in sehr schlechtem Zustand. Wir brauchen dich in dieser Runde hier an der Pups, das sah böse aus. Alles in Ordnung, sag mir, ob es dir gut geht. Die Handhabung soll sich beschäftigen, sehr viel übernогst du das Actuallyammitar Swinster im Moment Aufruhr. Auch mit dem Wagen soll stehen das Das war's für heute. Ausragenden Leistung. Ein hochverdienter Sieg für den deutschen Piloten. Eine tolle Fahrerleistung. Und wenn einer so fährt, dann führt das meist zu guten Ergebnissen, so wie heute geschehen. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal.